Herzlich Willkommen zu Chivalry 2! Ja und dann würde ich sagen, wir sind ja in der letzten Folge hier in Level 4 gekommen, Stufe 4, Arsenal, können wir nochmal gucken. Ich wollte ja mal hier Vorhut Waffen. Ich hätte gern ein Hand, eigentlich hätte ich gern zu einer Nähe, eigentlich hätte ich gern für die Vorhut, ich will mal Vorhut sagen, äh, äh, was, was ist denn hier los, äh, ich, geht es irgendwie? Ja, ich hätte hier das gern ausgewählt. Und zwar, hätte ich gern, ich, ich würde gern ein Schwert, ein Kurzschwert mit einem, mit einem Schild nehmen, aber irgendwie, geht es? Geht es? Geht es? Das ist ein bisschen doof. Da kann es nur hier, der, der Ritter... Neee? Wo gibt es denn das? Ach doch, hier Schild! Hä, dann Fußsoldat. Hat der auch? Doch, mittleres Schild, hä? Da haben die doch alle, oder? Neee, Wurfwaffen... Ah, okay, dann Fußsoldat. Dann müssten wir mehr auf Fußsoldat gehen, ne? Hier, sehr schön, hier, zieh das mal an. Und dazu gibt es einen schönen Kurzwert. Jo, das passt erstmal so. Dann... Äh, nein, zurück. Äh, Fortschritt. Äh, ja. Hier können wir mal gucken, 66 Kills. Jo, in drei Folgen ist gar nicht verkehrt. Oh, 80 Mal sind wir gestorben. Ist... Ach, das wird schon heute hier die ganze Zeit. Da würde ich sagen, gleich mal hier... Wir gehen mal hier ein normales Match rein und gucken mal... Wegen wir wieder auf die Fresse hauen. Da habe ich ein bisschen Bock drauf. So ein bisschen hart auf die Fresse hauen. The Battle of Dark Forest. Jo, spawned in. Ah, da ist doch... Da, schnitzeln sie ja schon wieder. Äh, ja. Das haben wir jetzt ein bisschen verwendet. Oh, das ist schlecht. 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 Woah, wir gehen mal. Ah, ich muss erst mal wieder ein bisschen reinkommen. Ah, das ist... Ich... Ich weiß echt nicht, wie ich das ausrüste. Muss ich echt noch mal gucken. Gleich mal hier nen Kill. Wow. Team Schaden, naja das ist... Ah scheiße! Renn mir doch nicht in meine scheiß Axt rein! Da nochmal ein! Da nochmal ein! Wir rennen schnell weg! Scheiße! Quixck! Ich bin stolz auf dich Quixck! Bist du ernsthaft stolz auf dich? Was du da fabriziert hast. Ich finde das nämlich nicht so geil. Hahahaha! 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 Alle mal zu den Wachen! Ich verbrennen! Ich verbrennen! Hat mich Prannen etwa verbrannt? Hahahaha! Hat er das getan? Ich bin mir nicht so sicher. Ich denke schon. Stopp das Geleit, das werden wir tun. Sehr nice. Nein! Das war nice, weil der hat ernsthaft gedacht so, hey, aber branden hat sich mal wieder verbrannt. Oh Mann, der ist so schlecht. Ja, hat der uns jetzt ernsthaft so... Ne, ist egal. Naja, wir schreiben mit. Oh, ich habe ihn voll in den Kopf. Das ist egal, das ist, das, das zählt, ich hab voll in den Kopf rein. Ich, das, das zählt, man, das zählt. Sieben Tote schon, überleg mal. Ach ne, wir haben hier nur vier Töten. Oh, oh, ey, wir sind gar nicht mehr so verkehrt. Woh! Vielleicht sollten wir mal demnächst wieder Alts. Ach, aber wir haben, wir haben ihm ein bisschen Schaden zugefügt. Auch wenn es nicht viel war, aber ein bisschen Hammer, ein bisschen Hammer zugefügt. Dann gehen wir mal in die Vorhaut. Die Vorhaut, die Vorhaut, weil sie Vorhaut, ne? Attacke auf die Vorhaut. Was soll der Scheiß, da hast du doch keine Chance gegen drei Stück, was soll das? Nö, ich lobe, nö, das seh ich gar nicht einfach, was soll ich denn loben? War ein Scheißkill. Drei Stück auf einen, das ist unfair. Das macht man nicht. Ah, komm, schon wieder. Ah, Mist. Oh, was willst du denn da machen gegen fünf Stück? Da kommen fünf Stück auf eingerannt. Hier, ich würde nochmal sagen, dann machen wir hier mal den Offizier. Ne, wir nehmen, glaube ich, hier unser Lump-Sweat. Was willst du denn mit dem Wurfmesser, ne? Wir haben alle gekillt, ne, von uns. So, schön zwei Stück. So. Warum, warum, warum ist da schon wieder hinter mir jemand? Das ist, warum, das ist, wieso, wieso kriegen das meine, nicht hin? Da, da hängt hinter dir, hängt da einer, dann auf einmal, obwohl das deine, deine Linie ist. Das darf eigentlich gar nicht sein. Kinders, wir müssen besser kämpfen hier. Können wir, können wir helfen? Das ist ja schon gar nicht getestet. Das ist ja Süsef, die mal ein bisschen mit der Vorordnung mal hier kämpfen. Ich glaube, man kann mehr hüpfen. Das ist nicht. Das würde mich mal interessieren. Ja. Und dann machen wir jetzt mal kranken Scheiß hier mit dem Hüpfen. Yeah. Ich habe ihn runtergestumpft mit. Ich hoffe, dass das, das... Gute Halle irgendwie... Ja. Ja. Gehen! Aber jetzt! haben wir endlich 1 gegen einzelne kommt irgendwo das ist ja das ist richtig später ist so den da schnapp mal uns so schön weg richtig immer heldig von uns müssen wir da war warum liegen wo die waffe rum waffe hallo hat jemand eine waffe jawohl jetzt ist der streitkopf so komm und lass mich da rein los ja ich hab mal wieder gekillt ich hab noch einen gekillt schnell weg hilfe die arschlöcher einfach mal einen klümpel da in die masse scheiße wir haben schon wieder keine waffe was mach ich mit der scheiße warum ich hab keine ahnung ich muss irgendwas tun ach ja ich weiß echt aber noch nicht wie ich hier die extra um so tauscht das ist irgendwie ein bisschen nervig ich würde gern mit dem schwert und schild kämpfen ich glaube dass da bin ich ein bisschen besser drin jawohl nein auch du heiliger so wir gehen dann noch mal die klasse in soll da können wir doch ja da können wir doch mal was ändern ja war wir machen den jump 3-6 simon löscht bei uns läuft bei uns muss ich schon sagen jump 360 ach no chance man no chance konzentriert sich auf einen und dann auf einen und dann geht es voll aufs fressplatt das kriegen wir das kriegen wir ja ja denn sie schneiden die stehenden peter Du Penner! Danke. Ich wollte mich mal ein bisschen... Pfff. Dieser Penner, ey. Trau dich doch. Komm, eins gegen eins. Komm. Ich bin nur von so weit weg hier. Ich bin nur von so weit weg hier. Jawohl. Ich bin nur von so weit weg. Das war richtig schlecht von uns. So, jetzt müssen wir den Herzog beschützen. Komm, das kriegen wir irgendwie hin. Das kriegen wir hin, das schaffen die nicht. Die machen die Runde, komm. Das ist unsere Runde. Das ist doch schon einer. So. So, wir müssen den jetzt echt verteidigen. Richtig gut, kommt mir nass. Da kannst du nix machen, ey. Da kannst du nix machen. So, zack. Boah, ihr Penner, ey, ihr Pisser, ihr schafft es nicht. Ah, komm, warum... Ah, hüpft doch nicht da so dumm rum, sondern... Was macht der denn da hinten? Der hüpft da rum wie ein Depp. Der muss doch einfach den killen. Was ist da das scheiß Problem? Hey, ey, es gibt's doch nicht, jetzt hat er mich... Ah. Boah. Prost! In zweieinhalb Minuten haben wir das geschafft. Das schaffen wir irgendwie, das schaffen wir, wir halten den nicht. So, ein bisschen schreien hier, ein bisschen rumschreien. So, die kriegen den nicht, die kriegen den nicht. Das bin ja wohl ich. Oh, sorry. Sorry. Sorry, 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 sorry. Komm, das schaffen wir nicht. Und die müssen auch noch einfangen. Chipman! Aber wir machen viel zu viel. Wir schnetzeln einfach gerade nur noch in die massen rein. Jawohl. Jawohl, den haben wir auch noch mitgenommen. Nein! Ah mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Ah mein Gott! Nein! Geile Runde, ganz klar, ein Chi-Ching-Han. Und damit würde ich sagen, enden wir auch hier diese Runde und diese Folge, ich hoffe es hat euch gefallen, boah war ein bisschen hektisch, bisschen viel, aber wir sind Stufe 5 und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.